...überhaupt gar nicht vorangekommen sind, weil irgendein Assi, irgendein Assi einfach nur einen aus unserer Gruppe erschossen hat. Ich finde sowas richtig mega scheiße. Sowas soll doch nicht wieder vorkommen, weil sonst... Gibt's auch so, du hast extra gemacht, dass da ein bisschen Action dazwischen kommt. Aber wisst ihr, was ich lustig finde, ist, dass der Basti, die hauptsächlich Manny und mich ausrüsten wollte. Oh, ich hab übrigens auch noch ein paar Instant-Operals gehabt. Und jetzt habt ihr alles. Könnt ihr alles abgeben, wollt ihr uns machen, ja? Könnt ihr jetzt eigentlich alles abgeben an uns? Nee, er hat mir extra, hat er mir die AW-Magnum gegeben. Ja, mir auch. Er wollte uns bestimmt auch was geben, ja? Natürlich. Zu Kampfweibern, wollte er uns machen. Ja, er wollte euch das nicht geben, ihm ist es egal, ob ihr ihn mögt. Er wollte das wie ihm mögen. Uh-huh. Er wollte unsere Gunst erkaufen. Ja. Aber jetzt hat er unsere Gunst, das ist auch viel cooler. Äh, aber bringt nix. Weiß er nicht, weil Tobi küsste alle. Tobi, du darfst die Braut jetzt küssen. Auf den Arsch. Huch. Okay, ich kann... Wo haben wir denn nur vier? Wir sind doch fünf. Wo ist der letzte? Tja. Da hinten kommt sie doch. Das sind ganz schöne Lahmärchen, ne? Da fehlt noch einer. Ach, da... Mir fällt gerade auf, dass Tobi auch noch 10, 10 Wasser von mir geklaut hat, aber hey. Ey, Wasser. Feuer. Das ist halt nicht so schön. Tobi heute noch nichts getrunken hat. Das war eigentlich meiner. So, das reicht, danke. Ja. Das schon. Alles klar. Da die 10 Wasser. Gibt's mehr, mehr, nur gehst du wegen 10 Wasser? Guck mal, da beschweren sich im Chat über Hacks. Hacks. Nice hack, dickhead. Gestern haben die ganzen Items durch die Wände durch, konnte ich die mehr mobsen. Die kann man immer durch die Wände mobsen. Kannst du schon immer? Ja. Das war aber noch nie so auffällig wie gestern. Vielleicht hattest du gestern viele Wände oder so. Ja. Ne, aber durch die Häuser habe ich sonst noch nie sowas bekommen. Ich habe auch einen Rangefinder, ich weiß gar nicht, wozu der mir dient, aber... Gib mal her, ich nehme... Freunde, wir sollten aufpassen, weil hier sollte das ja eigentlich ein bisschen gefüllter jetzt sein, wie in dem neuen Gebiet und so. Schnuffel, 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 komm her. Schnuffel, Knuffel. Du hast wahrscheinlich auch noch ein Fernglas, oder? So, wie mache ich das jetzt? Wie kann ich das jetzt auch? Du kannst das einfach wie ein Fernglas benutzen. Und dann kannst du mir die Entfernung sagen und dann stelle ich meine Sniper darauf ein und dann werde ich den richtig wegnatzen. Ach so, ich glaube, das kann ich mir irgendwo... Guck mal, wenn ich laufe, dann ist mir mein Arsch noch besser. Oh, Hacker ist ein Clearview, guys. Clearview? Ja, da gehen wir nicht hin. Ich wollte es nur sagen, gesagt haben. Oh, geil, so ein Entfernungsmesser ist ja genial. Da kann ich dir sagen, er ist 288 Meter entfernt, der böse Bub. Dann mache ich meine, meine Epic Skills. AWM? AWM Skills. Oh, ich überhole dich. Das ist übrigens eine Hütte. Deine. Georgsmarienhütte? Hinten geht es nach Georgsmarienhütte hin. Kennt ihr das eigentlich, Georgsmarienhütte? Ist das... Oh, safe steht da. Ich würde es lassen. Ist das bekannt, der Ort? Nein. Okay. Ich dachte, das ist vielleicht ein bekannter Ort. Wollen wir in die Hütte? Dann ist nur einer. Max, wie alt bist denn du? Ich? Ich bin 12. Alt genug für die Liebe. Nein, ich bin 21. Ich benehme mich aber nicht so... Ach, die benehmen sich alle nicht so. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Schlimmer oder besser wie eine 20? Nein, man ist so alt, wie man alt ist. Jünger als 21. Ich benehme mich. Das war eine Weisheit. Männer können das nicht so weit steuern. Ich finde, eine gute Weisheit ist auch, wo man hingeht, da ist man dann. Ja. Oder dort, wo mein Haus ist. Nee, wie war das? Oh, da hinten sind abgehängte Zombies. Zombies. Und was auch noch gut ist, ist nachts, ist es kälter als draußen, ne? Wenn die Sonne nicht scheint, ist es dunkel. Wenn man nicht, wo man hingeht, da ist man dann. Das ist meine Lieblingsweisheit. Ohne Spaß kein Fun. Ohne Fun kein Spaß. Rest no Fun, das ist mein Motto. Nein, der war nicht so gut. Der Fuchs in der Tasche ist besser als der Spatz auf dem Mund. Ja, noch irgendeinen von diesen Platten schönen Sprüchen. Äh. Alle meine Aquamaler. Spricht. My time is a lie. Ich hab... Ich weiß nicht, warum ich die gerade so lustig mache. Ja. Es gibt immer diese Zeit am Tag, wo man über den größten Blödsinn lacht. Ja, das ist echt so. Das ist bei mir heute 24 Stunden. So rad wie sich Harry Bays. Hier lang müssen wir, Leute. Hier lang. Kommt dem Mann mit dem Entfernungsmesser. Rangefinder. Du bist eigentlich der ohne Hut. Wollen wir nicht lieber an dem Hügel vorbei? Nicht, dass wir da irgendwie abrutschen und einen Schaden nehmen? Kommt dem Nucketai hinterher. Wir müssen dich doch beschützen, oder wie war das? Nee, das darf ich nicht sagen, weil genau danach bin ich gestorben. Ihr dürft da nicht weg von mir, also müsst ihr mir nach bei dem beschützen. Bevor sich Mandy in die Linie geschmissen hat, hast du dich doch lieber in die Linie geschmissen. Äh. Ich hab meinen Purpose erfüllt hier. Meine Aufgabe. Der Propose ist... Es war deine Bestimmung da, schon zu sterben. Kommt ja auch alle? Ja, danke. Ich werde beschützt. Ich bin der Dofer. Jetzt bin ich unter dem Namen Gonzo wieder zurückgekehrt. Der Gonzo. Gonzo, gab's das nicht in der Muppet Show oder so? Weiß ich nicht. Das kann gut sein. Ja, der Blaue. Der Blaue, der war der nicht so... Ach nee, war das nicht auch ein Superheld? Gonzo-Mach oder sowas? Gonzo-Mach. Oder Super-Gonz oder sowas ähnlich. Gonzo. Der hat sich ja mit einer Kanone rausknallt. Äh, ausknallen lassen. Gons of Damage. Hä? Gons of Damage. Ja, Tui, wieder ein League of Legends, äh. Ja, klar. Gons of Damage. Wirst du gucken, weil ich geguckt hab und mich hingelegt hab? Ja. Es sah gefährlich aus. Ich weiß, es war Absicht. Damit ihr denkt, oh, da könnte was sein. Ich wette, wir werden richtig hart genutzt. Meinst du? Nein. Bisschen besser als alle anderen. Stimmt, jetzt, äh, setzen ja jeder, jeder Glitcher setzt ja jetzt seinen Raketenwerfer ein und dann sind wir ja wieder in der Geschichte. Ja, wir sind die Einzigen, wir sind die 10%, die sowas nicht machen. Hat eigentlich jemand von euch eine Erklärung, warum das Glitcher heißt? Nee. Ist das einfach ein Wort oder hat das irgendeine Bedeutung? Das hat bestimmt eine Bedeutung. Ähm, was, was, was wollte ich nochmal fragen? Tobi, du bist doch ein Sniper-Expert, ne? Profi. Muss man, muss man, muss man irgendwie mit, mit Schrift auch die Luft anhalten? Nice. Ähm, die M4-Semi, wie weit ist denn, wie weit schießen die ungefähr? Nicht so weit. Also, es geht, aber die macht halt auf den Fällen ganz schön wenig Schaden, hab ich gerade gemerkt. Dafür bin ich doch da, mit der Sniper. Ich auch. Oh ja, das haben wir ja letztens erst in, äh, Killview gesehen. Oh ja. Was? Ach, ich rede nur von unserem Mega-Fail der Fails. Oh, das war, das war nicht mein Fail. Oh doch, ein bisschen vielleicht. Oh doch. Das war von aller Fails, ja. Ja, aber irgendjemand muss hier auf Toilette. Nee, darum geht's gar nicht. Es geht darum, als ich vorne davor und abgeschossen wurde, ja, alle drei, ja. Mir fällt gerade auf, dass ich zu Hause gerade meine Schuhe anhab, ich weiß nicht warum. Ja, auch Schuhe an. Ich spiel schon wieder an. Ja, aber meine Schuhe für draußen. Haus-Schuhe. Hätte ich auch gerade lieber. War viel bequemer. Du, jetzt ist es so frisch an den Füßen. Worüber haben wir gerade nochmal gesprochen? Ach ja, und der Fail. Ich spiel immer nur Flip-Flops an, da ist China. Oh, ich hab ein krasses Deja-Vu, ey. Junge, Junge. Crazy Deja-Vu. Da hinten ist ein Loch im Zaun. Rechts so. Diese Station kenne ich aus meinen Träumen, habe ich gerade den Eindruck. Echt? Ja, ganz komisch. Deja-Vu? Deja-Vu, ganz hart. Da bin ich vorhin gewesen in dem Ort und durch den Zaun gelaufen. Da ist ein Crash-Helikopter. Und? Junge, Junge, das kommt mir mega bekannt vor, dieses Ding. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das irgendwie in einem Trailer oder... Ne, Trailer gab's was. Stimmt aus irgendeinem Spiel. Aus Battlefield 3. Äh. Bei Bad Company 2. Da müsste ich sie auch erkennen. Aber ich erkenne hier gar nichts. Ja. Haben die Bullets eigentlich irgendeine Drop-Rate hier bei den Snipern? Oder generell bei den Schiss... Ja, die haben einen, äh... Okay, wir haben einen Funkspruch. Die haben, haben Bullets-Drop, äh, wie heißt das nochmal? Ein, 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 ein... Ballistisches... Eine ballistische Lauf... Irgendwie, keine Ahnung. Laufbahn. Ja, Flugbahn. Laufbahn, ne? Laufbahn. Nennen wir es Laufbahn. Ja. Eine... Ach, leck mich doch. Ich rede mich um die Wörter in Schwulität. Ich gehe... Oh, jetzt, mit der Sniper kann ich nicht so viel anfangen, dann nehme ich jetzt lieber wieder meine... Ich nehme die Sniper. Echt? Ja, klar. Ich habe Sniper-Nahkampf, habe ich auch gemacht. Lead-Lead-Quickscoping und so weiter. Wie, wie, wie bei Call of Duty. Das ist so ein Haus wie am Flugplatzhafen. Also wenn jetzt alle da rein stürmen, dann gehe ich, glaube ich, mal, äh... Wanderthin aufs Dach. Nicht trennen! Aufs Dach, ich gehe aufs Dach. Ich komme mit dir. Zwölf, äh, Gaugeslug. Oh, hier ist gar nichts. Oh, nischt. Okay, was dann? Dann sei ja wieder runter. Ja. Doch, hier ist was. Wollen wir ein paar Zombies töten oder so? Ja, ich töte jetzt ein paar Zombies. Du, ich mach's nicht. Wieso denn? Du kannst ja gar nicht durchschießen. Ja, stimmt. Habe ich gerade gemerkt. Junge. Wieso kann man nicht durch den Draht da schießen? Das ist doch artig. Da hinten ist ein... Ist das ein Tunnel? Ach, der ist verschüttet. Ja, da bin ich durch... Nicht durchgelaufen. Der ist verschüttet. Nee, da bin ich doch nicht durchgelaufen. Ich habe Bock echt, so ein paar Zombies jetzt zu klatschen. Zombies? Wenigstens, wenn wir hier schon keine Spiele treffen. Gucke mal, ich bin schon auf dem Dach. Wie hättet ihr das denn gemacht? Dann geh ich mal... Hier wohl später mal ein Hubschrauber spauen. Kann sein. Muss aber nicht. Ich habe da was irgendwie in den News gelesen, dass irgendwie, äh... Wann wollten die die nächste Karte rausbringen? Juni 2013? Genau. Echt? Ja, da kommt die nächste Karte. Was? Was, wie ich dich schieße. Oh. Das ist aber ein schlechter Schuss. Lieber ein Kopfschuss. Ne, ich wollte mal gucken, wie das mit dem Damage-Model aussieht, so. Bei einem Brustschuss, äh, reicht nicht nur einer. Also ich würde auch nicht gern sterben, fällt mir gerade mal so auf. Wieso nicht? Sind das, äh, weil, weil da meine Sniper weg ist. Sind das hier Drohnen? Ja, sind es. Nice. Ich kenne die aus Battlefield. Das ist schon hier. Ich kenne die aus Real Life. Ich gehe jetzt gerade rechts in das kleine Haus. Ja, in Real Life habe ich noch nicht so häufig Drohnen gesehen. Doch, im Fernsehen. Bei Guild, äh, bei Stargate. Huch, hängt da gerade ein Zombie im Zaun da hinten? Ja, den hast du da vorhin reingeloggt. Geil. Ja, lass mal ein bisschen Zombies, äh, locken. Hier ist aber irgendwie gar nichts, oder? Äh, Bandagen und Wasser und so ein Schein. Also ich habe schon ein Pain-Kinds gefunden. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass in neuen Gebieten gar nichts ist. Ich nehme CO1 einfach mal mit. Vielleicht für dich gleich gezielt. Ich habe nochmal Bandages. Also, Basti meinte ja auch, dass hier viele Spieler sein sollen. Ja, deswegen, das habe ich auch gehofft. Ich habe einen Zombie im Wo gelockt. Oh, der rennt jetzt rum. Guck mal, ich habe ganz lustige Zombies gefunden. Den, den meinte ich gerade, den oberen da. Das sieht echt witzig aus. Hoch. Boah, Alter. Wer war das? Ich nicht. Ich bin tot, ich bin tot. Ich habe einen... Echt? Der ist oben auf dem, auf dem, auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Berg. Wahrscheinlich. Der, wo er seht, hat Verbeugung. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ja, da sind zwei. Der auf dem Berg hoch. Wo sind... Wer schießt? Ich habe geschossen. Ich habe es aber leider nicht erwischt. Der ist jetzt hinter den Berg gegangen. Da ist wieder auf dem Berg angekommen. Ich bin der Zombie erschossen. Der kommt euch entgegen. Da sind zwei sogar drauf. Ja, ja. Ich schieße mal bitte die Zombies. Welche? Wo? Ach so, ihr seid ihr hinten alleine. Ich muss Positionen wechseln. Die wissen, wo ich bin. Ja, bei mir auch. Du hast du erst, bist du. Bin das, ja. Geh mal hier auf den... Wenn der Sniper, da mache ich mit. Ich habe nur die eine hier. Wer ist denn gestorben? Der, der gestorben ist, hat auch einen Sniper. Wo ist der Sniper? Ich hatte keine Sniper. So, okay, der Max ist gerade da links hier. Ich bin auf dem Turm. Aber da... Ich sehe da nicht, weil... Da ist jemand mit Large Backpack. Wo ist Max? Max, wo bist du? Ich bin auf den Turm gerannt. Dann ist hier hinten einer. Wo? Mit Large Backpack. Der ist in die zweite Lagerhalle, wo die Drohne, glaube ich, drin ist. Da hintergegangen. Also ich stand da ne ganz weit. Ich bin mein Spiel ist abgesteckt. Also ihr seid alle auf dem Turm. Keiner ist auf dem Boden. Nein, ich bin auf dem Boden. Ich bin jetzt auf dem Boden. Ich bin auch auf dem Boden. Robi, du bist bei mir? Die laufen gerade vom Berg runter, rechts lang. Rechts runter? Mhm. Robi, wo bist du? Also die sind jetzt von uns weg. Ich weiß nicht, ob die vielleicht hier hinkommen wollen. Ich bin bei dem einen Hangar von der Richtung, wo wir kamen. Robi, du bist hier drin in dem Gebäude, ne? Also die sind auf jeden Fall nicht mehr auf uns fixiert, Freunde. Hier ist ein Gebäude und da ist jemand drin. Ich schieße auf den, der in diesem Gebäude ist. Ja, ja. Mach das. Mit einer Sniper. Angeschossen. Ne, die eine ist tot. Die eine hat geklutscht. Ist gut, der mit der Sniper? Ja. Dann sag das doch. Ich sag die ganze Zeit, ich schieße auf den, der im Haus ist. Weil er immer gesagt hat, ich bin das nicht. Ich habe, ich habe die eine, habe ich erwischt. Das ist super. Wir gehen mal da hin. Wo war die denn? Wo war die denn? Ah, fuck it. Der eine, nein, nicht rausgehen, nicht rausgehen. Wo ist die? Wo ist die? Auf den Berg? Mit auf dem Berg. Immer noch auf dem Berg. Ich dachte, die gehen runter. Ja, dachte ich auch. Das sah erst so aus, aber... Wechsel mal die Position am besten. Fuck it. Bist du tot? Geh den Berg jetzt. Ne, ich habe den nur nicht erwischt. Ja, wie viel Schuss hast du noch? Zwei. Dann verschießt die jetzt erstmal nicht, dann... Ne, ich kriege den noch. Wo ist der denn? Rechts, oben, mittel? Ähm, rechts, äh, am Berg. So rechts, also der, der ist ein bisschen weiter runtergegangen. Der ist nicht mehr ganz oben, der ist rechts weiter und liegt da. Oh, von wo kriege ich den denn jetzt am besten?